Jump Around Stellen Sie 20 Meter zentral vor dem Tor eine Leinmarke auf. 10 Meter links davon wird ein rotes Hütchen und 4 Meter rechts davon ein gelbes Hütchen aufgebaut. Neben dem Tor wird eine Anspielstation platziert. Alle Spieler haben einen Ball. Dabei stehen an beiden Stationen je maximal 4 Spieler an. Der erste Spieler springt fünfmal mit kurzen, schnell kräftigen Prellsprüngen über die Linie hin und her. Dann wirft er den Ball hoch und nimmt ihn seitlich mit einer Dropkick Annahme mit und macht an dem Hütchen eine Schussfente. Dann legt er sich den Ball einmal vor und schließt schnellstmöglich ab. Danach sprintet er zu dem gelben Hütchen, bekommt dort den zweiten Ball angespielt, kappt ihn auf links und schließt erneut. Dann legt er noch mal weiter. Dann legt er sich auf der zehnache halte Stelle ab. Dann legt er sich und sehr gut nach. Bis zum nächsten Mal. Der Spieler hüpft nun zunächst dreimal auf dem linken, dann viermal auf dem rechten Fuß und wirft sich den Ball erneut hoch. Nach der seitlichen Dropkick-Annahme zu dem linken Hütchen führt der Spieler erneut eine Schussfinte durch. Anschließend führt er sofort den Trick ziehen Fußwechsel durch und schließt mit links ab. Dann sprintet er zum rechten Hütchen und bekommt dort einen zweiten Ball auf rechts angespielt, nimmt ihn in eine offene Stellung an und schließt erneut ab. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020